Sollen mal ein paar Vlogs, also nicht alle Videos, aber sollen mal ein paar Vlogs von mir aufs Weitereich kommen? Jo, herzlich willkommen zu einer Runde FFA auf dem Rebate-Server, also Rebate.net IP steht dann nicht so wie immer unten in der Inverbarung. Das muss öffnen, jetzt auf die neuen Sätzen. Und mit dabei sollte er übrigens der, denix. Hallo! Und wenn er ein bisschen eine schlechtere, ähm, Audio-Kali hat, ist das, weil er noch kein Hättetat, aber er kriegt gleich, also kriegt bei uns. Und deswegen, ich muss jetzt lange darunter leiden und er ist auch einer der Gewinner von der Verlosung. Und leider habe ich so wie fast eigentlich immer ein Thema anzusprechen. Und zwar, übrigens Ricky ist auch hier, haha, er war in der Lobby. Okay, und so ist heute das Thema, ähm, soll ich mal, also ein paar Videos von mir, nicht alle, aber ein paar, sollen die mal, vor allem die Vlogs, oh Mann, eben, sollen mal ein paar Videos, vor allem die Vlogs, auf Schweizer soll es kommen? Denn, für die, die es nicht wissen, ich bin Schweizer, die, die es nicht gewusst haben, wissen es spätestens jetzt. So. Warum schon? Ja, wo auch nicht auch. Ja, richtig fett. Mann, jetzt bin ich mega low. Ja, auch, ich bin tot. Ja, hab's gesehen. Oh, fuck, zuhört's. Okay, wieder trotz. Hashtag lowerhase. Wo bist du? Ich bin irgendwo einer Tagestelle. Ich muss nicht wieder herzunehmen. Ich hab's nicht richtig abgedeckt. Schade. Okay, egal. Und zwar, wollte ich euch fragen, soll mal ein paar Vlogs, also nicht alle Videos, aber soll mal ein paar Vlogs von mir auf Schweizerdeutsch kommen? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bin grad übel schlecht, Leute. Ja, ich kann's nicht aufnehmen. Also, voll, als ich's ein bisschen so zum Spaß gespielt hab. Fäuch noch gut. Okay, er hat mich aufgezählt. Dann, wo bist du denn jetzt? No, nee, ich muss... Aber es ist Typ. So, ich... Ich muss... An heter telefogal, sofort? Nein, ich muss... Was... Dann, die Ace problems. da, die Ace movie翻 ist eine Infektion. mich auf jeden Fall mega freuen den einen der zentralen ich muss ich ja habe ich habe ihn gegen hinter dir das uns regelt und zu regeln ihre ihren ich bin wohl ich denke einfach und ich bin schon wieder viel zu nahe an meinem Mikro dran denn ich habe den Kopfschutz und hihihi und noch mal Rieses Dankeschön Let's Swiss die mir das mal in der Gewachter ist auch nur richtig 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 nice und jetzt ich finde dich einfach kein Gegner bist du hinter mir dernächst Let's bei dir Jo wir stopp ja wenn auch Loll der Tag hatte mich das ist okay ich jetzt vielleicht kurz mit ähm Minecraft neu gestartet kannst du machen es bleibt übelst oh scheiße es macht mal kurz ja mach das ich hab dich gekillt ich hab dich gekillt Dingli wo was nicht nein also ich hab nichts getan dann hast du Minecraft neu gestartet dann alter Exkursion kenne ich auch ich bin gleich da ja habe ein richtig dreckig abgestaubt so gut oh Leute auf jeden Fall wäre das eigentlich das Hauptthema gewesen und ich hab mega ein Kackping und ihr seht ich bin nicht der Beste in äh mein Kopf PVP und es lag juhu es bleibt wirklich bist du wieder drin? äh wo mach ich das nochmal? äh unten links ah stimmt scheiße ich bin drin ok nice so ich hab dich das Spiel jetzt du das? naja ok ich hab den trotzdem noch gekillt ich bin wie ein anderes Kit aus äh kann man nicht wählen es gibt einfach immer einen Kit wechsel irgendwann ich bin bei dir was nicht wahr ich hab noch mal ein bisschen rein lol lol du wurdest mit dem Poker-Killt oder? ja und leute das Text-Repack ist so wie immer unten in der Infobox hm ich schau jetzt mal ein bisschen ab und rack ein bisschen so ich komm zu mir hier lol ich den einfach abgestattet hab hast du hast du nice ich hol' mit den anderen hol' mit den anderen hol' mit den anderen oh fuck ich wusste ich mal ja ja hab ich ok nice zurück da die Böse la und zwar und zwar Leute könnt ihr euch gerne in die Kommentare schreiben ob ihr noch mehr FFA sorry ob ihr noch mehr ein bisschen auch nicht das ist das so laut ok er ist halt abgestattet in diesem FFA-Woll mir macht es auf jeden Fall Spaß ich weiß ja nicht ob es euch Spaß macht deswegen frage ich euch da einfach mal bist du das nein bist nicht äh 0 geht durch wurde übrigens gewechselt das kann ja nichts doch es wird es also kommt auf anbietet es steht im Chat doch das geht würde gewechselt du meinst du bemerkst einfach nicht weil du äh jetzt ein steinschwert hast und schlechtere Richtung ach so auch nicht mehr wenn er es nicht tryhardet ok da fühlt mir nicht dich finden könnte ich bin irgendwo ganz hinten hier hinter diesen Häusern also wenn du gerade ausgehst hinter diesen Häusern ah ich bin bei dir ja nice ah wie hässlich brust dich nice echt nice ich komm ich brust dich ok ok hab den ein hab den ein warum man ihn direkt nach ok ich bin tot ok du warst irgendwo da irgendwo ok Achtung du wirst jetzt bisschen lauter keine Ahnung rum echt ja es ist jetzt einfach dein Rauschen im Hintergrund ist bisher leider gewonnen ok ok lol der war übelst low fack 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 ah ja stimmt ich hab meinen FNS schon gesetzt ich dachte ich hab noch ja 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 da bist du ja da bist du oh kaka tot nein ich komm ok du bist da ich komm ich komm ok damit ich bin es kann st so wo da ja wird jetzt die stadt errichtig heißt es die heutige Achtung, Exklusion hinter uns. Nein. Ich bin ziemlich los. Ich bin ziemlich los. Worte! Hilfe! Exklusion, da ist zu gut. Ja, das ist jetzt nicht gut. Nein! Das ist jetzt nicht gut. Ah, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Ich warte. Ich warte. Oh. Alter. Danke. So. Hello. Okay. Ich bin tot. Ich denke jetzt mal, ob ich jetzt sterbe. Das wäre es dann gewesen, wenn ich sterbe. Ah, scheiße. So. Okay, ich bin tot. Also, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch. noch gerne eine positive Bewertung da. Und seht ihr bei Tab Ricky Croft da, ist auch noch mit dabei. Und ja, wenn ihr euch gefallen habt, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Schalt bei denen nichts vorbei und bei Ricky Croft da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao. Los brother. Los Los Los